Musik Gut, dann müssen wir da hoch, also das wegschießen Damit wir nicht Schaden nehmen Da hoch Über den Balken Hochkletten Und dann haben wir es geschafft Ja, da ist die Truhe Die haben wir uns aber auch echt verdient jetzt, oder? Und der Geocache Dann schauen wir rein Wir nehmen wieder das Teil mit Und den anderen Scheiß lassen wir drin Ein Fähigkeitspunkt Schön Das finde ich doch gut Dann schießen wir da nochmal rein Und da auch nochmal runterhüpfen Und am Lager den Fähigkeitspunkt ausgeben Das machen wir glatt Acht von neun gemeistert Das ist doch gut Vier von acht Vier von sieben Also stecken wir den letzten Punkt mal hier rein Gab ein Gänel und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet Klasse Wir sind Spezialist Dann gucke ich gleich mal auf die Karte Da ist ja noch ein Geocache Ähm Da ist ein Geocache Der ist aber doch drin Drau 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 Da muss ja draußen sein Wie kommt man da denn denn Wo ist das andere Grab Da ist das Grab Soll da noch ein Grab sein, ne? Ne, ein Grab nur Da sind noch ein paar Rotkäppchen Die er leider nicht anzeigt Die Reliquien sind da unten alle Da hinten ist da noch eins bei dem Lager Da muss ich auch nochmal hin Ich kann mich jetzt schnell reisen Scheiße Jetzt mag laufen Laufen, Lara Du kennst doch den Weg Hier hast du nicht mal Angst in den Kopf zu stoßen Echt, aber dass du immer nur ein Teil mitnimmst Ich finde das nicht so toll Ich kann ja auch ein bisschen was tragen So schwer ist die Kamera nicht Dann sind wir jetzt hier draußen Kuh drücken Warum soll ich denn wieder Kuh drücken? Ist hier wieder was getriggert? Getriggert Getriggert Ich würde ja am liebsten nochmal Über die Brücke Und Mal ein bisschen rumgucken Nein, ich wollte Kuh drücken Sorry Da liegt was Ein Vogel Braucht doch Pfeile Ich hab da eben ganz viele Pfeile verbraucht Das ist sie So Facke Brauchen wir nicht Hä? Was hast du da geguckt? Ich Hast geguckt, ob ich noch hinter dir bin Ja Da vorne lag der Geocache Ich will ja noch diesen einen Schatz da holen Wenn er schon mal auf der Karte verzeichnet ist So weit war das jetzt ja nicht weg Da, ne? Nur süß Ein antiker chinesischer Dolch Wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100 Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Das ist ein Dolch? Aber eher so ein Ein Zierdolch, ne? Boah Wie unhandlich Schön finde ich den nicht Und Jade Ich meine, das ist Stein, ne? Jade So ein Mineral Das hält ja nur auch nicht Das ist sogar ziemlich weich Ziemlich weiches Mineral So ein gründig Leicht Ganz leicht Transparenz So ein leichten Ja, so Jade eben Dann laufen wir mal Jetzt Ich muss noch mal auf die Karte gucken Wir laufen da hinten mal in die Ecke Da sind auch noch drei Sachen Ach, da kam ich ja nicht hoch, ne? Wahrscheinlich müssen wir da immer noch was lernen Was lernen Was lernen Was ist denn, wenn ich das umschwenke? Gut, das funktioniert nicht Wenn ich das von der anderen Seite umschwenke Da schwenke ich das von der Seite umschwenke Oder zieh oder so Hm Da muss doch irgendwo so ein Festtüttel-Ding sein, ne? So was zum Festtütteln Hm Ich weiß doch nicht, wie wir Wie kommen wir denn da hoch? Oh Das weiß ich nicht Da können wir nicht Durch Da können wir ruhig Machen wir mal das So, dann können wir hier hoch Dann können wir hier ran Absetzen So Dann ist da Der Cache Da drüben Ob wir da rüber springen können Ja, wir haben es geschafft Cool Oh, ich freue mich Da ist der Cache Dann ist hier noch ein Cache Da unten Ist ein Cache Na Cache Und Hier muss irgendwo noch eine Schatzkiste sein Aber wo Stimmt da oben Da kommt man nicht hin Oder da drin Ähm Ja, hier kann man natürlich Da hin Dann kann man jetzt Da hin Ja Und dann kann man da hin Aha Ein Karpfen Mal gucken Bestimmt Bestimmt Da haben wir den Scheiner Ah, Blut Blut Das Blutflecken Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt Was erwartest du hier auf der Insel Dass sie sich alle lieb haben Das glaube ich wo weniger Das glaube ich wo weniger Da ist doch noch eine Kiste Habe ich die eben ganz wieder sehen Ähm Äh, da wollte ich gar nicht hin Da hüpft da hoch Nein 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 Oh Bloß nicht irgendwo festhängen jetzt Da kommen wir nicht hoch Hier lang Darüber Kannst du übersehen Die So wundervoll Stimmt Hier ist noch ein Geocache Aber Wie soll man da hinkommen Scheiner hier mit dem Hubschrauber oder so Gut Ich denke mal Laufen wir erstmal hier weiter Pfeile Wollen noch Pfeile Ja Mal so viel verballert eben bei dem Rätsel Ein Pilz Ja Pilze habe ich jetzt ja noch nicht so viel gefunden Achso hier kommen wir jetzt hin Da oben Eine Tür Die werden wir eben Aufbrechen Vorsichtig hier reingehen Achso ist einmal Schalldämpfer Gut Schauen was uns hier erwartet Äh Was ist das? Hinter ein Rieh? Käfige Wölfe Wedienwald Werden hier gezüchtet Was ist Sünde? Hm Dann ziehen wir mal das Kleine Viech hier rein Aha Gut Das war leider nix Da muss man wohl schneller sein Das schwenkt ja gleich um Warte Das war gut Ja man muss Timing Das ist viel Timing Sache Und Bergungsgut Ist auch Timing Sache Und anzündeln Ist auch Timing Sache Oh wir können wieder was upgraden Da liegt was Halt Lacht um Geocache Unser Geocache Und eine kleine Rutschpartie Und eine kleine Rutschpartie Das sind ja immer Sachen hier ne Geht's hier lang Geht's hier lang Ich hab jetzt nicht weiter umgeguckt Oh oh Was uns gleich wieder erwartet Mit diesem Tunnel Ich schätze mal Die warten schon auf uns Was Was war das Fledermäuse Kommt die hier Die müssen ja hiervon gekommen sein Was ist das hier Was ist das Gut da dürfen wir nicht lang Da vorne geht's raus Vorsichtig Lara Weiß nie Was hinter der nächsten Ecke lauert Och nö Nicht schon wieder Diese blöde Barackenstadt Ich will die nicht Wir wärmen mal wieder alte Gebiete auf Ja Das können wir ja schon Was ist das denn da Können wir das kaputt machen Hier ist kein Lager Dann rutschen wir hier mal runter Ich hab die ganze Zeit versucht Euch zu erreichen Hä Das wüsste ich ja Ich hab auch kein Werkzeug Aber ich soll ja wieder welches besorgen Mit Lara Und ach hier sind wir Sollen wir wirklich da runter Vielleicht treffen wir ja dann doch den Alten Jetzt ist das aber ganz schön warm geworden Ich weiß jetzt nicht Wo wir lang müssen Ich bin jetzt einfach mal hier runter gehöpft Ich weiß wohl das hier lang geht Da können wir nicht runter Das ist zu hoch Ist auch zu hoch Hm Von der anderen Seite Ja Na Wollen wir da nicht hoch? Doch Also manchmal weigert die sich ja Und dann Müssen wir mal hier rüber klettern Schlagen bei dich Oh guck mal Seilbaum Wieso ist das jetzt an? Da ist doch noch so ein Ding ins Kirchen Da würde ich ja gerne noch Hm Hin Was will ich haben? Schatz auf Berg ist gut Au Lalalalala Wo willst du hin? Da kann man sich nicht dran festhalten Das ist rund und glatt und rutschig Und das hätte ich dir auch vorher sagen können Sie kommt immer wieder zurück Das finde ich so süß Hm So Das haben wir jetzt geschafft Ödel 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 Ich kann nichts machen Aber ich kann hier ein bisschen rumlaufen So nach rechts Und links Das haben wir ja bestimmt gar nicht, oder? Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten Ich bin gleich da Ich muss dir was erzählen Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht Und uns auf der Insel festhält Es ist in dem Kloster Bist du sicher? Ja, Sam Du musst das erstmal für dich behalten Ich helfe mir erst, das Boot zu reparieren Aber dann gehe ich landeinwärts Lara Ich weiß nicht so recht Vertrau mir einfach, Sam Okay Sei vorsichtig Ja Ja La, la, la Der ganze Scheiß stürzt gleich ein Ach du Scheiß Was haben die hier denn aufgebaute? Wahnsinnig Ähm Ich will jetzt keine Action-Einlagen Nein 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 Nein, Lara Äh 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 Jetzt hängen wir hier Hallo Nein 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 Eins Das kann man nämlich hier festtütteln Ah So Da kommen wir auch wieder nicht zurück Was liegt hier rum? Munition Munition Hä? Munition 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 Wir wissen nicht wo lang Hätte ich jetzt so ein Fallschirm mit, ne? Den hat sie ja nur irgendwo verloren unterwegs Das näher ist ein Stück kaputt gegangen Hier können wir wieder hoch Wir können Hm Jetzt hast du, um zu springen? So Ja, und das Wasser natürlich Ne Also das glaube ich jetzt nicht Das machen die in den Filmen auch immer Von ganz oben Von den Klippen Springen die runter ins Wasser Das soll wohl ein Witz sein Ja, das sollte nur ein Witz sein Was jetzt Aber warum ist die Waffe So Ich muss wahrscheinlich weiter nach unten Da kann ich nicht rüber Das ist NATO-Draht Das tut weh Hm Gut, dann müssen wir wohl hier hoch Ich hab grad gesehen Die haben hier ein Schiff nach oben gezogen Was fahren die hier vor? Sag mal Es ist zu ruhig Das seh ich aber auch so Die warten auf mich Die warten auf mich Ja Ja Aaaaaaah... So wie ein Fähigkeitspunkt? Ich hasse Arena-Kämpfe. Ja, gleich explodiert das wieder alles. Das ist immer so lustig. Ja, guck mal. Wo ist denn meine Tastatur? Meine Fresse. Ich hasse das. Da ist man so gespannt am Schießen. Da ist Kopfschuss. Ja, ich bin zu langsam. Wo ist denn diese scheiß Y-Taste? Was passiert jetzt? Oh, nein. Clara! Halt dich fest! E drücken. E drücken. E drücken. Bestimmt. Und F drücken. Meine Brüder tötet und starb! Uh, 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 uh. La, la, la. La, la, la. Halt still, Männchen! Du bist... Wie, halt still... Du solltest stillhalten. Hat er gesagt. Hab ich doch gemacht. Da, noch mal. Ja, wieder hin. Jetzt weißt du denn nicht, wohin. Clara ist recht nicht. Das ist blöd. Au! Halt still, Männchen! Warum geht die denn nicht weiter rum? Oh, Mann. Aber jetzt sind wir oben. Puh. Halt still, Männchen! Oh, Mann! Nicht wieder... Nee. Nein. Nicht schon wieder diese Szene. Nein. Nein. Halt still, Männchen. Ne. Ja, hallo! Wie, wieso... Sie sitzt da mit dem Gewehr? Ich wollte schießen und nichts passiert. Scheiße! Und jetzt? Hilf ich, Pendel, aus! Und wo? Ich weiß wieder nicht, wo wir sind. Wo sind wir? Wo sind wir? Jetzt stürzt der ganze Scheiß hier zu... Aaaaaaaain! Das mach ich nicht. Also, ich hab da keine Aktien drin. Oh, Mann. Wir haben's geschafft. Äh... Ich hab einfach mal gedrückt. Aaaaaa... Achtung, wenn's langsam wird... Muss man einfach nur Shift drücken. Und dann muss ich schießen... Und dann kommen wieder irgendwelche Stacheln im Wasser... Aber ich bin unten. Ging sogar schneller als erwartet. Mit ein paar Blessuren. Aber das macht nix. Ist hier ein Geocache? Nö. Hier ist gar nix. Dann können wir uns da eben raus. So... Da... Äh... Das will ich auch mal wissen. Wir müssen uns hier durchquetschen. Au! Pass auf! Oh! Strand! Endlich! Ja, Strand. Klippen. Geschafft! Denkst du? Wo sind sie jetzt? Aber... So, wir haben... Ein Lager... Äh, wo ist denn das Lager? Wo ist denn das Lager? Ich drück mal Tab. Da ist gar kein Lager. Aber da war eine Schatzkarte. So ein Schatzdingsbums... Dingenskirchenbumsdings. Weil das seh ich nämlich jetzt. Da ist noch ne Kiste. Wenn wir da hinlaufen, sind wir wahrscheinlich tot. Oh! Sehr schön. Hoffentlich Scharfschützengewehr. Äh... Die sieht ja ein bisschen bedröppelt aus, ne? Okay. Gehen wir mal hier rüber. Was ist das? Okay. Können wir das irgendwo hinziehen? Nein, noch mit so... Dings hier. Ja, das können ja lustige Rätsel werden. Achso, mit F kann ich das schapsen. Haben wir ja mal gelernt. So, schaps mal. Was, bloß mich, warum? Ich schaps das mal weiter. Vielleicht kann man das hier runter schapsen. Und schaps mal B. Ja. Ganz toll. Hier kommen wir nicht raus. Guck mal, eben draußen. Oh, was macht das für'n Sinn, wenn wir das schapsen? Du sollst schapsen und nicht vorbeispringen. F. Schaps. Und F. Jetzt spielt sie hier mit so'n komischem Ponton-Gewicht. Oder wie hast du den Geist? Stimmt von so'n Ponton-Frit. Ja. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Da unten ist das Lager. Da laufe ich jetzt hin. Und dann mache ich erst mal eine Aufnahmepause. Ich habe mal viel erlebt, diese Folge, ne? Ganz viele Leute gemeuchelt. Ganz heimlich. Naja, gut. Fast ganz heimlich. Na ja, hat es leider nicht mehr so gut geklappt. Ich höre was. Ein Lager. Aber den Punkt vergebe ich nochmal. Das haben wir. Dann haben wir hier... Kämpfer. 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 Ich vergesse das auch in meinem Nahkampf. Komm, 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 ich hier nicht. Ich will keinen Nahkampf. Ich mache das jetzt hier. Weichen Sie mir um, schallt aus und drücken Sie F. Sobald der Ring das Tassenimbo erreicht, um Feinde ohne Helm zu töten. Und er ist so schwarze. Trägen Sie um, schallt zum Ausweichen und F, um Feinde Dreck in die Augen zu werfen. Und dann? Will ich nie benutzen. Aber man muss es ja nie. Das ist ja nicht irgendwas... Am Ende des Spiels hat man wahrscheinlich alle Fertigkeit gelernt. Ne, da gehe ich noch nicht hin. Da gehe ich noch nicht hin. Ich muss erst mal gucken, was es hier gibt. Vier Lager. Vier Dokumente. Sechs Reliquien. Geocaches. Gräber. Hügelgrabräuberin. Oh, klasse. Minenräumung. Sehr schön. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Tschüss. Tschüss.